Endlich ist es wieder soweit, die Top 10 Altcoins für das Jahr 2024. Wir könnten fast schon sagen, es ist eine Premiere, ich habe einige Kandidaten mit dabei, die noch etwas unbekannter sind, einige Kandidaten, die schon in der Top 50 mit vorhanden sind. Wobei ich sagen muss, es wird immer schwieriger, gute Projekte zu einem guten Preis zu finden. Im letzten Video Top 10 Altcoins zum HODL bis 2025 Dezember Edition, ja da haben wir einige Kandidaten genannt, die jetzt ein 2x gemacht haben, also so gut wie jede Kryptowährung. Und zu dem Zeitpunkt sind ja schon einige Kryptowährungen gut angestiegen. Aber macht euch keine Sorgen, es ist auf gar keinen Fall vorbei, denn wir haben einige rausgesucht, die zum aktuellen Zeitpunkt ein unglaubliches Potenzial für das gesamte Jahr 2024 mitbringen. Ein unglaublich starkes Fundament, preislich noch vollkommen in Ordnung sind, sogar einige, die recht stark abgestraft wurden. Und genau deswegen freue ich mich auch schon auf diese Liste, auf dieses Video und somit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Crypto. Freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Lass mir gerne noch ein Like da, zeig mir gerne den Support und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, in welche Kryptowährungen ich einsteige, Kryptowährungen, Kryptowährungen, Altcoin News, Portfoliobewertungen und vieles, vieles mehr, da lass mir natürlich gerne ein Abo da. Ansonsten starten wir auch gleich mal rein nach dem Disclaimer. Die meisten der Kryptowährungen gibt es auf der Börse Bitwabo zu kaufen, somit die beste Börse, was Benutzerfreundlichkeit angeht, also sehr, sehr anfängerfreundlich. Dazu haben wir niedrige Gebühren, eine Kontogarantie von bis zu 100.000 Euro und das Wichtigste, wir sind EU-rechtskonform. Plus mit dem Link unten in der Beschreibung sicherst du dir 10 Euro Startguthaben, also Willkommensbonus und unterstützt damit meine Arbeit. Vielen Dank an jeden Einzelnen und jetzt starten wir auch gleich mal rein. Viele haben es mitbekommen, der Kryptomarkt hat einen Flash Crash erlitten. So gut wie jede Kryptowährung wurde eigentlich innerhalb von kürzter Zeit sehr, sehr stark abgestraft. Einige hatten Panik, dass der ETF doch abgelehnt wird. Meiner Meinung nach kompletter Humbug. Es ist eben, um die Personen aus dem Markt zu drängen. Wir sehen, viele Kryptowährungen wurden hier fast schon zweistellig abgestraft. Von da an sehe ich das sogar positiv. Ich freue mich, dass die Kryptowährungen hier etwas stärker abgestraft wurden. Denn somit gibt uns der Markt ordentliche Chancen, ordentliche Dips. Und im Titel steht ja Top 10 Altcoins. Ich muss es dennoch erwähnen, ganz kurz und knapp der Bitcoin. Auch zu diesem Preis finde ich persönlich fair. Wir müssen uns mal vorstellen, wie bullisch eigentlich jeder Anleger langfristig auf dem Bitcoin ist. Das Jahr 2024 wird sehr wahrscheinlich sogar in die Geschichte mit eingehen. Nicht nur, dass das Halving 104 Tage entfernt ist, also zum Greifen nahe, ein bisschen mehr als drei Monate. Nein, dazu haben wir auch noch das ETF-Jahr. Und wichtige Info, die Bitcoin-ETFs könnten jederzeit akzeptiert werden. Und langfristig wird hier wirklich Geld in den Markt hineinfließen. Das wird sich auch positiv auf den Bitcoin-Preis auswirken. Keiner kann sich vorstellen, wie viel Geld in den Markt eigentlich hineinfließen wird. Das sind nur vage Schätzungen. Aber eins können wir sagen, für dieses Sentiment wirkt der Bitcoin fast schon underpriced. Und ich hatte es euch ja auch gesagt, ich habe zu ungefähr diesen Preisen auch nochmal nachgelegt, weil ich das langfristig als sicheres Investment sehe. Plus ist es natürlich das sicherste Investment im Kryptomarkt. Wer aber sagt, hey, der Bitcoin, ich habe nicht so viel Geld zum Investieren. Bitcoin lohnt sich nur für Reiche. Ich möchte aber dennoch sehr sicher unterwegs sein. Zweiter Punkt, Ethereum hacken wir ebenfalls kurz ab. Warum das Ganze? Ethereum ist nicht so stark angestiegen, wie viele, viele weitere Kryptowährungen. Und diese Liste bemisst sich natürlich an vielen verschiedenen Faktoren. Erstens, wie stark ist die Kryptowährung innerhalb von einem Monat angestiegen? Zweitens, wie stark ist die Kryptowährung generell in einem Jahr angestiegen? Drittens, wie viel Potenzial können wir für 2024 denn wirklich erwarten? Viertens, wie sicher ist die Kryptowährung? Fünftens, wie stark geht es hier voran? Und Ethereum bietet hier meiner Meinung nach ein gutes Mittelmaß. Wir sind innerhalb von einem Jahr nicht mal 100% angestiegen. Ethereum ist meiner Meinung nach aktuell zumindest im Schatten von Bitcoin. Wir müssen uns aber auch vorstellen, Ethereum hat hier die First Mover Advantage. Das heißt, es war der erste seiner Art. Und es gibt ja auch Ethereum ETFs. Wie gesagt, aktuell der Fokus auf dem Bitcoin, alles schön und gut. Aber wenn es auch darum geht, riesige Massen an Geld in den Kryptomarkt zu schmeißen von Institutionellen, da ist Ethereum meiner Meinung nach auch wirklich ein relevanter Pick. Denn Ethereum kann man mit viel Geld besser kontrollieren, sage ich jetzt mal. Und das wird im Buran meiner Meinung nach eine große Relevanz haben. Und somit sehe ich auch ein generell höheres Anschickspotenzial bei Ethereum als beim Bitcoin. Und dazu sind wir von dem Bärenmarkt, vom Allzeittief des Bärenmarktes, gar nicht so stark angestiegen. Und das finde ich persönlich eben sehr gut bei Ethereum. Plus, wir müssen uns vorstellen, wir haben sehr, sehr viele ERC20-Token. Man kommt da eigentlich gar nicht drum rum. Und man braucht Ethereum als Gasgebühren. Das heißt, wer da auch noch was braucht, da lohnt es sich bei den aktuellen Preisen bei Ethereum noch einzukaufen. Ich würde sagen, wir bleiben in der Top 10. Welche Kryptowährung würde ich mir denn hier rauspicken? Wo sehe ich für das Jahr 2024 viel Potenzial? Da würde meine Wahl tatsächlich auf Cardano fallen. Warum? Solana hat die Kryptowährung ja in 2023 ordentlich outperformed. Und das stimmt. Hier sehe ich aber einen großen Vorteil. Erstens sind wir ganz gut abgestraft worden. Wir sind zwar bei 20 Milliarden Market Cap. Aber wir sind auf einem Cardano-Preis von unter 56 US-Dollar Cent. Zudem sind wir vom Boden etwas mehr als ein 2X angestiegen. Das heißt, hier ist auf gar keinen Fall irgendwas zu spät. Und Cardano ist eine Kryptowährung, die sehr präzise agiert. Die nicht schnell, schnell irgendwas rausbringen möchte. Sondern jeder Zug, jede Entwicklung, die gemacht wird, wird präzise durchdacht und durchgetestet, dass es zu keinem Problem führt. Ich finde diesen Ansatz wirklich gut. Und meiner Meinung nach ist Cardano im Vergleich zu Solana beispielsweise unterbewertet. Und ich denke, dieser Ansatz wird auch spätestens im Bullrun wirklich wertgeschätzt, wo viele Krypto-Projekte einfach die Leistung nicht halten können, die sie versprechen. Und Cardano ist hier für mich ein sehr, sehr solides Mittelfeld. Einfach was Sicherheitsskalierung angeht und vieles, vieles weiteres. Auch das Ökosystem von Cardano ist ordentlich angestiegen. Die TVL, also die Total Value Locked bei Cardano ist auch fast schon exponentiell durch die Decke gegangen im Jahre 2023. Ein gutes Fundament meiner Meinung nach bei Cardano. Und ich denke mal, jetzt bietet es sich am besten an. Warum habe ich nicht Solana mit reingenommen? Klar, auch starkes Potenzial. Hier gibt es meiner Meinung nach aber mehr Systemrisiken. Einfach Ausfälle, wie wir es in den vergangenen Jahren auch gesehen haben. Und zu dem aktuellen Preis kann ich Solana einfach nicht empfehlen, in Anführungszeichen. Finde ich zum aktuellen Zeitpunkt überkauft. Warum XRP nicht? XRP ist ja eine Kryptowährung, die hier auch nicht sonderlich stark ansteigt. Ist es nicht gut, hier einzukaufen? Und ich berücksichtige immer viele Faktoren. Ja, XRP ist nicht sonderlich stark angestiegen. Im Laufe von einem Jahr haben wir auch kein 2X hingelegt. Aber hier muss man unterscheiden, warum ist es denn so? Und diese Information, die lese ich nicht gerne. Und das passiert tatsächlich recht oft. Ripple gibt eine Milliarde XRP frei. Kurs konsolidiert weiter. Und eine Milliarde XRP, wir sind hier kein Meme-Coin. Eine Milliarde ist im Vergleich oder in Relation bei XRP sehr, sehr viel. Denn zu diesem Preis sind das ca. 600 Millionen US-Dollar, die den Markt fluten. Und natürlich kann XRP hier nicht ordentlich durchpumpen. Deswegen dann eine sehr, sehr hohe Market Cap. Wenn man sich überlegt, 600 Millionen US-Dollar einfach in den Markt reinschmeißen. Ja gut, deswegen hat XRP nicht in die Liste geschafft. Aber es gibt noch weitere Kryptowährungen, die ein solides Fundament haben und preislich noch nicht so stark angestiegen sind. Und hier persönlich muss QuantQNT einfach mit rein. Aktuell reden recht wenige Personen über Quant. Wir sind trotzdem innerhalb von einem Monat ordentlich angestiegen auf 128 US-Dollar. 28% plus, das ist persönlich positiv. Aber auch hier ist der Anstieg nicht sonderlich enorm. Wir sind innerhalb von einem Jahr nicht mal auf 1,2X angestiegen. Das heißt hier auch noch ordentliche Nachkaufpreise. Interoperabilität, hier sogar einer der Besten. Ein wirklich starkes Fundament. Gepartnet mit der Bank of International Settlement und Bank of England. Wo Quant explizit ausgewählt wurde. Weil die Technologie im Vergleich zu allen anderen Getesteten einfach sagenhaft war und alles in den Schatten gestellt hat. Marktcap von 1,5 Milliarden US-Dollar. Hier geht meiner Meinung nach noch einiges. Und genau deswegen Quant verdient er Platz Nummer 4 in diesem Ranking. Ich würde mal sagen, wir gehen zu einer Kryptowährung mit einer geringeren Marktcap. Am Ende des Videos werde ich nochmal zwei Kryptowährungen verraten, die ich noch nie angesprochen habe. Wo man auf jeden Fall seine Research machen kann. Also bleibt gerne bis zum Ende dran. Aber meiner Meinung nach muss Alchemy Pay einfach mit in diese Liste mit reinkommen. Platz Nummer 5. Denn wir sind unter 2 US-Dollar Cent. Innerhalb von einem Monat sind wir sogar 8% gefallen. Und ich habe mich gefragt, gut, hat das irgendeinen Zusammenhang? Warum sieht Alchemy Pay aktuell keine sonderlich starken Kursanstiege? Hier muss ich sagen, ich sehe das Sentiment nicht in den Payment-Bereich, zumindest aktuell. Aktuell pumpen ja so die gesamten Layer-1s durch. AI ist vorher mal ganz gut angestiegen. Aber Alchemy Pay macht die Arbeit wirklich grundsolide. Hier wird noch ein Update kommen in den nächsten zwei Tagen. Und genau deswegen sehe ich hier persönlich ein Potenzial. Solides Fundament, kleine Marketcap, ordentliches Potenzial auch für 2024. Und dazu noch ein guter Preis. Also hier sehe ich persönlich ein grünes Licht. Es gibt zwar eine Kritik, die ich äußern würde. Ich frage mich, wo die Roadmap für 2024 ist. Ich habe extra etwas gewartet mit dem Alchemy Pay Update Video, was ich ja jeden Monat mache. Und es kommt einfach nicht. Das ist persönlich so ein Negativpunkt. Aber ansonsten sehe ich hier überhaupt keine Probleme. Und sie haben wirklich, wirklich stark in 2023 gearbeitet. Wir gehen zur nächsten Kryptowährung. Und zu dieser Kryptowährung habe ich tatsächlich sehr, sehr selten überhaupt irgendwas gesagt. Aber ich finde, mehr als verdient Kosmos Platz Nummer 6. Warum Kosmos? Warum genau jetzt? Wir schauen uns mal das Gesamtpaket an. Wir sind auf dem Rang 22. Extrem wenig Personen reden darüber. Wir gehen erstmal auf den Preis. Ja, wir sind auf einer Marketcap von 3,8 Milliarden US-Dollar. Kosmos aktuell auf 10 US-Dollar. Innerhalb von einem Monat 5% angestiegen. Innerhalb von einem Jahr auch nicht sonderlich viel passiert. Wir waren kurzzeitig mal auf 6,4 US-Dollar. Aber auch hier kein 2x. Dennoch eine grundsolide Kryptowährung. Und wie gesagt, ein Sleeper. Denn wir müssen uns mal vorstellen, kaum jemand redet über Kosmos. Ähnlich wie es bei ICP der Fall war. Über Internet Computer hat kein Mensch jemals ein Wort verloren. Und aus dem Nichts steigt die Kryptowährung dann von 3 US-Dollar, bis hin zu 14 US-Dollar an. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen eine Kryptowährung abgreifen, die ein solides, starkes Fundament hat. Und eben noch unterbewertet ist, über die keiner spricht. Und für mich sieht es hier bei Kosmos tatsächlich genauso aus. Und wer das Kosmos-Ökosystem nicht kennt, da möchte ich nochmal ganz kurz auf die Kryptowährungen drauf eingehen. Injective, Kronos, Kava, Osmosis, Fetch.ai. Wir könnten hier weiter runterscrollen. Und man sieht immer und immer wieder weitere Kryptowährungen. Aber auch Psy. Wir sehen, diese Kryptowährung ist bei 1,75 Milliarden Market Cap. Macht ein All-Time-High nach einem All-Time-High. Wer zu der Kryptowährung Aufklärung haben, möchte gerne dieses Video hier abchecken. Der weiß nämlich auch, bis wohin Psy ohne Probleme durchpumpen kann. Verlinke ich dir hier oben und am Ende des Videos. Aber Psy partizipiert hier ebenfalls an dem Ökosystem. Es lässt ja eine Kryptowährung, die ebenfalls ordentlich durchpumpt, ebenfalls im Kosmos-Ökosystem. Und das ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass extrem starke, durchpumpende Projekte eben auf Kosmos bauen. Beziehungsweise, was heißt bauen, einfach im Ökosystem hier mit drin sind. Und Injective ebenfalls Market Cap von 3 Milliarden US-Dollar. Von da an, Kosmos verdient der Platz Nummer 6 in meinem Ranking. Ab jetzt kommen wir zu Kryptowährungen, die kleiner sind, etwas unbekannter. Und von daher natürlich nicht auf jeder Börse zu kaufen sind. Also nicht auf Bitwavo. Die gibt es aber alle auf BingX zu kaufen oder aber auch auf Maxi. Das sind so meine Börsen, wo ich meine Small und Micro Caps kaufe. Link ist natürlich auch hier unten in der Beschreibung. Kommen wir zu Platz Nummer 7, Veracity. Warum ist Veracity mit drin? Erstens, die Kryptowährung wurde 25% seit einem Monat abgestraft, was natürlich immens gut ist, wenn man eine Kryptowährung günstig abgreifen möchte. Ich denke mal, das muss ich hier keinem erklären. Generell, Market Cap 61 Millionen, extrem niedrig. Sie haben in 2023 immens viele Fehler ausgebessert, sich in Tokonomics gewidmet. Sie haben ein Real-World-Use-Case, ein Produkt, was sie anbieten können. Sie haben Patente, was natürlich sich positiv auf ihr Projekt auswirkt. Proof of View, also gegen Ad Fraud. Ich denke mal, viele sollten Veracity kennen. Aber der Preis ist absolut günstig für das, was sie liefern. Jetzt müssen wir uns aber auch mal die Frage stellen, warum ist denn Veracity so günstig aktuell? Warum ist die Kryptowährung 27% gefallen? Obwohl sie ja so stark sind. Und hierzu wird auch morgen oder übermorgen ein Update-Video kommen. Deswegen gehe ich hier nur mal ganz kurz drauf ein. In dem Video meinte ich auch schon, Veracity hat ein Problem. Und genau deswegen steigt die Kryptowährung aktuell nicht an. Und genau das Problem ist es nämlich auch, warum die Kryptowährung aktuell nicht stark ansteigt. Und zwar die zirkulierende Umlaufmenge, die hier bei 10% angezeigt wird. Warum ist es ein Problem? Es schreckt Investoren ab. Besonders, weil es ja nicht mal der Wahrheit entspricht. Die zirkulierende Umlaufmenge bei Veracity ist eigentlich 100%. Aber bevor das hier geupdatet wird, muss eine Token-Migration stattfinden von den anderen 90 Milliarden Veracity-Token, die nur für das Ökosystem sind sozusagen, beziehungsweise für die Leistung für Proof of View. Und bevor diese Token-Migration nicht stattgefunden hat, wird das hier eben genau so weiter dargestellt. Und das wirkt sich immens negativ auf den Preis aus. Und die Roadmap wurde veröffentlicht. Wie gesagt, hier gehen wir detailliert im nächsten Video drauf ein. Also, falls du das nicht verpassen möchtest, gerne ein Abo da lassen. Aber hier sehen wir es. Q2, Proof of View Market Tokens, Beta-Test mit den Layer-1-Chains. Das heißt, die Beta-Tests werden erst in Q2 stattfinden. Viele Investoren sind dahingehend enttäuscht. Verständlich natürlich, weil sie haben es angekündigt, dass die Migration stattfinden wird in Q1 in 2024. Aber wer langfristig was von dem Projekt hält, jetzt haben wir eine gute Nachkaufgelegenheit. Und das ist ja auch das Ziel, in solide Projekte einzusteigen, wenn man darin natürlich glaubt und die Dips zu nutzen. Und genau deswegen kommen wir jetzt zur Kryptowährung Nummer 8. Wenn man von einer Kryptowährung überzeugt ist, dann freut man sich, dass die Kryptowährung abgestraft wird. Innerhalb von einem Monat ebenfalls 25% gesunken. Bitensor Tao, 250 US-Dollar jetzt. Markup bei 1,5 Milliarden. Und wenn wir uns das mal in Relation setzen, wie viel Potenzial diese Kryptowährung eigentlich hat und uns dann auch nochmal anschauen, wie viele Kryptowährungen aktuell ordentlich durchpumpen, über 1,5 Milliarden sind. Das heißt, Bitensor ist aktuell nur auf Platz 53 circa. Warum wird die Kryptowährung nicht angezeigt, zeige ich ebenfalls noch. Und für mich ist es eine Kryptowährung, die ein immenses Potenzial mitbringt. AI, dezentrale AI. Hier sogar auch noch die beste, meines Empfindens natürlich. Und von da an, auch wenn wir vom Oktober ordentlich angestiegen sind, ist das meiner Meinung nach ein Preis, wo man sagen kann, ab hier betreibe ich wieder Dollar-Cost-Averaging. Denn wie gesagt, die Preise von 100 US-Dollar sehe ich einfach nicht mehr kommen. Und wenn wir uns mal anschauen, wo das All-Time-High war, bei 380 Dollar circa, da ist es auf jeden Fall ein ordentlicher Rückgang. Wobei ich aber auch sagen muss, für mich ist das All-Time-High so schnell gegangen. Also bei mir ist meiner Meinung nach das All-Time-High bei BitTensor gefühlt bei 300 US-Dollar, bei 340 circa. Aber auch von diesen Preisen sind wir ordentlich korrigiert. Plus wir haben herausgefunden, BitTensor Tau wird auch bei CoinMarketCap nicht ordentlich angezeigt. Auch ein Problem von Veracity. Sollte normalerweise irgendwo hier angezeigt werden und es wird nicht angezeigt. Und die meisten benutzen eben CoinMarketCap oder CoinGecko. Und wenn sie hier die Top 100 durchscrollen und die Kryptowährung eigentlich nicht finden, ja gut, das hindert natürlich auch die Bekanntheit. Was für uns aber ein Vorteil ist. Und stattdessen wird BitTensor Tau hier auf Platz 210 angezeigt. Gehen wir zur nächsten Kryptowährung, zu Platz Nummer 9. Und diese Kryptowährung hatte ich noch nie erwähnt. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal hier einen Deep Dive zu machen. Layer 2 Sektor, meinte ich ja, war ja eher enttäuschend. Wir haben viele Kryptowährungen gehabt, wie Arbitrum, die eine immens riesige Marketer hatten seit Beginn. Von da an konnte man hier nicht so viel X rausholen beziehungsweise auch bis zum Bullrun nicht. Dennoch können wir es hier lesen. Layer 2 Sektor bei Ethereum, so viele Nutzer wie noch nie. Das heißt, welche Layer 2 hat denn hier ein immenses Potenzial, bietet aber noch einen guten Einkaufspreis. Hier haben wir Metis, eine Layer 2, die es wirklich in sich hat. Erstmal schauen wir uns an, wo die Kryptowährung aktuell steht. Auf 85 US-Dollar. MarketCap nur auf 388 Millionen. Das ist bei den Layer 2s eigentlich schon recht gering. Klar, es gibt noch günstigere und klar, die Kryptowährung ist ganz gut angestiegen. Innerhalb von einem Monat 254% und innerhalb von einem Jahr 383%. Wobei ich sagen muss, das geht eigentlich noch. Wie gesagt, viele Kryptowährungen sind in den letzten zwei Monaten ordentlich angestiegen. Damit muss man einfach klarkommen. Aber wir haben hier ein treibendes Argument. Und zwar ist Vitalik Buterians Mutter der Manager von der Kryptowährung von Metis. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist ja ein unglaublicher Vorteil. Und Metis ist hier eben eine Ethereum Layer 2 Skalierungslösung. Und wer sich sagt, hey starke Kryptowährung, aber ich möchte mich nicht in einen immensen Pump einkaufen, der speichert sich die Kryptowährung eben in der Watchlist ab. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal hier reinzuschauen. Besonders, weil wir hier keine so hohe MarketCap haben. Und die letzte Kryptowährung, Platz Nummer 10, ist SAI. Nein, nicht ganz. SAI ist nämlich eine Kryptowährung, die unglaublich stark angestiegen ist. 1,8 Milliarden MarketCap. Erst seit kurzem auf den Markt ist aber in Allzeithoch gesetzt hat. Aber es geht um das SAI-Ökosystem. SAI wird ja mal ganz gerne mit Solana verglichen. Das Solana-Ökosystem, Bonk beispielsweise, ist ja immens abgegangen im Jahr 2023 und hat es auf jeden Fall geprägt. Und hier haben wir einige Projekte, wo man sich auch mal reinlesen kann. Beispielsweise Kryptonite Finance. Viele kennen ja Lido, DAO. Hier für Ethereum. Liquid Staking, diese LSDs. Auf jeden Fall ordentliches Potenzial. Mit einer immensen Total Value logged. Mit einer MarketCap von 2,6 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wir sehen hier haben wir auf jeden Fall ordentliches Potenzial. Und Kryptonite kann man sich eben vorstellen wie Liquid Staking eben nur für SAI. Und hier sind wir noch recht, recht früh am Anfang, wenn wir aber davon ausgehen, dass SAI sich weiterhin prächtig entwickeln wird. Genau deswegen kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, dir mal dieses Video anzuschauen, wo ich SAI komplett detailliert erklärt habe. Und wer großes Potenzial bei SAI sieht, der kann sich auf jeden Fall mal mit dem Ökosystem beschäftigen. Wobei ich hier leider sagen muss, Kryptonite ist innerhalb von einem Tag 70% angestiegen. Ja, ich habe mir die Kryptowährung angeschaut. Da war sie bei dem Preis. Hatte ich mir notiert für das nächste Video. Und zack, 70% angestiegen. Aber, ja, leider, wir schauen uns das erstmal an, innerhalb von 7 Tagen plus 200%. Innerhalb von einem Monat 2200% Anstieg. Unfassbar viel. Aber, wir sind bei einer MarketCap von 55 Millionen. Das heißt, hier ist immer noch ein ordentliches Potenzial zu holen. Wie gesagt, schaut euch das Ganze gerne mal an. Heißt natürlich nicht, dass man das jetzt hier kaufen soll. Es ist generell ein höheres Risiko bei dem Projekt. Es ist das größte und bekannteste Liquid Staking Protokoll von SAI. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viel Potenzial hier eigentlich möglich ist, da kann die Kryptowährung wirklich interessant sein. Diejenigen, die sich nicht in so eine Anstiege einkaufen wollen, vollkommen verständlich. Packt euch das auf die Watchlist. Informiert euch. Und wenn es um Meme-Coins geht, ich bin eigentlich keiner, der jetzt pro Meme-Coins ist. Aber man kann sich das Ganze mal anschauen. Saiga fand ich ganz interessant. Ich habe mir verschiedene angeschaut. Auch Sensei beispielsweise. Aber ja, es ist halt ein Meme-Coin. Kein Pre-Sale gibt es meines Witzens nach auf gar keiner Börse aktuell. Aber posten halt unglaublich viel. Von zwei Stunden, zwei Stunden. Ich würde jetzt sehr wahrscheinlich nicht in ein Meme-Coins investieren. Aber man kann sich das mal anschauen. Wichtig ist aber, dass so ein Projekt mit einem Risiko von 9 von 10 oder 10 von 10 bewertet wird. Und ich persönlich präferiere es lieber in Projekte zu investieren, die Hand und Fuß haben. Aber da wir eben vom Ökosystem sprechen, Meme-Coins gehören da irgendwo auch dazu. So und somit war es das mit dem Video. Ich sehe auch schon 42 Minuten aufgenommen. Es war mir eigentlich irgendwo auch schon klar, weil wir natürlich 10 Kryptowährungen genannt haben. Weil ich auch mal ein paar neue Kryptowährungen mit in die Thematik reingebracht habe. Schreibt mir gerne mal Hashtag bis zum Ende in die Kommentare, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und schreibt mir mal gerne euren Top-Pick für den Januar 2024 in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich persönlich mal sagen, das war es von meinem Part und wir sehen uns bis hin zum nächsten Video. Peace out.